Hi, mein Name ist Robert Franz. Ich bin gerade auf mein Grundstück und habe diesen Pentagon-Apfel eingepflanzt. Das ist ein Apfel, was halbe Stolente für Krebs ist. Ich will auf mein Grundstück und will Menschen damit helfen. Was passiert? Ich fange an zu graben. Zwei Spattenstiche an unten. Was passiert? Was finde ich da? Eine Pistole. Eine P8 aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine Pistole. Was dazu? Ein Magazin zu dieser Pistole. Und was noch? Zwei Kugeln. Was denken die Menschen auf diesem Planet? Für was brauchen wir eigentlich Waffen? Für was müssen wir Menschen töten? Für was werden Weltkriege da geführt auf dem Planeten? Die Waffen gehören komplett unter der Erde. Und die ganze Waffenindustrie, was da produziert, genau sind Firmen in Deutschland, die in Italien produzieren. Und Waffen und Raketen auf der ganzen Welt verdienen sie in Golden Nase mit der Leid der Menschen. So wie gesagt, es war ein Zufall auf diesem Grundstück von 16.000 Quadratmetern, dass ich genau da einen Spatenstich einsetzt, eine Pistole finden. Ohne Metallsuchtgerät, ohne alles. Wir brauchen mehr Liebe auf dem Planeten. Die Menschen müssen aufhören, sie auszurotten, weil durch sich selber werden sie auch die Tiere auszurotten. Weil wir haben es geschafft, dass viele Tiere auf uns angewiesen sind. Die brauchen sie Hilfe, die brauchen sie Pflege, so dass es hört auf, Millionen Gewinne zu ergatten. Und schaut mal, was die Natur ist. Wir haben die Natur vergessen. Ich bin auf meinem Grundstück, ich fühle mich wohl. Meine Hunde sind da, meine Hühner sind da, meine ganzen Tiere. So wie gesagt, ich kann den Planeten genießen, empfehle ich jedem. Wow, wow ist die Welt geil. Wow. Wow. Vielen Dank.